Ja, Hallihallo Leute und Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft Hardcore. Ja, ist schon jetzt eine Weile her. Ich war jetzt fast eine Woche krank. Habt ihr gesehen, vom Freitag bis heute war ich ziemlich krank und deswegen hab ich kein Video aufgenommen, weil ich mich halt ein bisschen schonen wollte. Ich war auch ein bisschen länger zu Hause als eigentlich geplant. Deswegen, ja, mal das kleine Erklärung. Ja, da dachte ich mir, komm, fängst du direkt mal wieder mit Minecraft Hardcore. Bist du quatschen, bist du sich wieder einkriegen, kriegen in Minecraft und wie ich gerade sehe, ah, ne, vergisst du es. Keine Ahnung. Und ich denke, es liegt vielleicht an Optifine, aber Optifine ist nicht ersetzbar für mich, weil das einfach ein leistungsbringendes, wichtiges Programm ist. Auf jeden Fall, ja, wenn wir nicht farben gehen, weil wir ja schon das letzte Mal ziemlich gefarmt haben, ich weiß, ich hab das letzte Mal gesagt, wir würden weiter farben gehen, aber wir haben hier ein bisschen Eisen drin, und hier ein bisschen Kohle, und hier ein bisschen Holz, und hier noch ein bisschen Kohle. Ja, ich weiß, Holz, Kohle sollte man eigentlich eher für Fackeln benutzen und so, aber ist ja auch geil. Ähm, ich wollte gerade sagen, warum mir mal eine Kiste bringt, aber auch nix, weil, ja, doch, komm. Einfach der übersichtshalber. Und ich hab, glaub ich, immer noch kein, ähm, Dingens. Äh, wie heißt es? Immer noch kein, ähm, Gehege. Weil ich immer noch kein Walzen habe. Mein Walzen ist doch nicht. Ja, das wächst natürlich außerhalb der Aufnahme nicht. Weil, ja, niemand da ist. Also, weil das selber nicht läuft. Während das, ähm, ja, ich nicht aufnehme. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal, da das Weizen noch immer nicht gut ist. Sonst sollte ich eigentlich ein paar Tiere fahren gehen. Ah, das ist halt egal, dass wir in echt, hey. Ja, euch ist vielleicht das Schaf gefallen. Ich hab neue Kopfhörer. Sind die Sony DS6500, wenn ich mich jetzt nicht hier, ähm, hab ich gerade heute bekommen. Und, ja, musste ein Neuer her, die alten, ähm, waren Kabel, ne, zerstört. So, Wackelkontakt zuerst und dann ging gar nix mehr. Und, ja, da dachte ich mir mal, jetzt werde ich mir mal richtig gönnen. Und ich labere wieder mal einfach zu viel. Aber ich liebe den Jane. Ja, wir werden auf jeden Fall, wir, wir fangen mit der Hütte an. Ich glaube, heute ist der Zeitpunkt, wo ich anfange mit der Hütte zu bauen, weil ich hab keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Deswegen nehmen wir uns jetzt so ein, ist das Stecks? Das sind Stecks. Das Ding ja auch kürzer geworden. So, da, schaufeln und fangen mal an, hier ein bisschen umzupflügen. Um zu Graben, um bis zu Terraformen. Damit, ja, ein bisschen Platz für unsere Hütte ist. Aber es wird auch schon direkt Nacht, wie ich merke, am Sonntstand. Und, ja, ich hab übrigens das Problem mit der Grafik hat immer noch nicht gemacht. Ich hab auch schon lange, wieso. Also, wieso, sowieso schon lange, aber ich weiß auch, wie's lösen kann schon lange. Aber, ja, ich hab keine Lust, es zu lösen. Ich kaufe mir lieber eine neue Grafikkarte. Ich weiß, es klingt ein bisschen merkwürdig, aber, ja, die ist sowieso nicht die Beste. Und, da kaufe ich mir halt einfach die Beste. Ähm, wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ich rede, ich rede von einer R9295X2. Von AMD. Und können wir jetzt pennen? Wir können nicht pennen. Ähm, und übrigens, wenn euch das irgendwie 3D-Texture-Pack stört, ich kann's natürlich auch schon rausnehmen. Ist nämlich schon so ein bisschen speziell. So wär's halt ohne. Finde ich aber fast geiler, so ein bisschen einfach Minecraftiger halten. Die 3D-Textures sind schon geil. Aber die von diesem 3D-Text-Pack-Model nicht. Und wenn es wenigstens am 3D-Texture-Pack gelegen würde, diese Scheiße, aber, nee, dann würde ein Scheiß-Optifeln. Die Sonne sieht mal richtig geil aus. Ja. Hm, jetzt müsste die Scheiße hier mal weg. 3 und 3. Und dann noch Stickies. So. Dann Craft. Mama. Da Craft. Da Mama. Alter. Da Craft. Hm. Hier. Einmal. Würde ich einmal sagen. Ne? Ja, weil es... Das gab jetzt relativ wenig Sinn. Ja, jetzt muss ich das schnell wegnehmen, damit ich Duck machen kann. Und dann Duck. Gut, da könnte ich Duck machen. Und sorry übrigens für mein Handy. Ich, ja. Ich hab das voll vergessen, lautlos zu stellen. Tut mir natürlich richtig leid, mir kann ich das auch abbauen, weil ich kein Dings besitze. Äh, also weil ich gar nicht sterben darf. Das war laut. Ich mach die Hütte über... Ey, das ist die Kiste übrigens bewusst hier nach oben. Ne, wisst ihr was? Ich mach die gar nicht da oben. Ich verarbeite jetzt einfach hier... Ja, erstmal... Erstmal ins Deck. Wir müssen sinken, komm, ich muss noch ein bisschen was tiefer graben. Für den Boden. Frage ist, wie groß macht ich die Hütte? Ich glaub, ich mach nur noch so eine kleine, bescheidene Hütte. Ne, oder soll ich mir richtig... Doch, dann ist hier mal ein kleines Gärtchen. Warte. Hütte, so. So. Ja. So wird die Hütte. Und dann hier nach vorne. Ah, das ist ein bisschen wenig, drei hier. Hütter nicht. Ich hab noch einen für die Wand. Dann... Ha, okay. Geh, geh, geh. Man kann's ja immer noch vergrößern. Aber ja, das ist ja direkt der Boden. Ich bleib hier einfach auf der 1 höher als der Meeresspiegelhöhe. Damit, ja, keine Ahnung, ich einfach anzuhören. Nein, ja, keine Ahnung, sieht das Merkwürdig aus? Ich weiß es nicht. Ist jetzt halt so eine Frage, ne? Ob ich auf den Meeresspiegel runtergehen soll oder nicht. Ich baue einfach mal. Ne, ich bleibe einfach hier. Ich bleibe einfach einmal hier. Und hier... ...muss ich da das... ...dieser Ecke brauche ich. ...so schön hier um das kleine Weizenfeld. Dann hier schöne Fenster. Oh, das stelle ich mir geil vor. Und hier natürlich Connect-Tag-Shots. Tak. Tak, okay. Sind gar keine Connect-Tag-Shots. Aber... Also Docks sind schon eingestellt, aber... Ja, das ist einfach das geile Texturpack. Für die, die es nicht wissen, ist das Ozu-Craft. Link ist in der Widerschreibung, falls ihr es nicht vergessen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das heute vergessen werde. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie habe ich es so im Urin. Das hat man ja auch so schön. Das war schon ein fucking Stack, was? Okay, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr abholzen gehen. Klar, wenn ich natürlich so scheiße baue. Ich will mal ein bisschen was verschwenden. So, aber jetzt! Dann noch ein bisschen nach vorne. Oh, ja, da lappen wir eins über. Ja, mach ich. Mach ich andermal schön. Also, jetzt ist es aber... ...golder. Das ist gut. Gut. Ein paar Stämme brauchen wir noch für die Ecken und solche Zeugs. Machen wir mal drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Hm. Hier sind ja immer drei in der Mitte. Wie viele sind hier? Eins. Eins, zwei, drei. Tag. Eins, zwei, drei. Das ist gut. Das hier auch. Zwei, drei. Das wäre dann hier eins, zwei, drei. Zwei, drei. Da brauche ich hier ein kleines Türmchen. Yo, das mache ich. Und dann wären wir hier eins, zwei, drei. Ja, geht auf. Oh, geht's. Da müsste es vorne auch drauf gehen, oder? Eins, zwei, drei. Ist ja geil. Da geht die Scheiße auf. Oh, das ja reichtisch geil. Das ja reichtisch geil. Dann verwende ich die ganze Scheiße hier noch. Sehr viel, schon eine Zeit. Ne, ja, zehn Minuten. Ich mag hier auch 15. So ein kleines, bescheidenes Häuschen. Ah, gut, so bescheiden ist es gar nicht mehr. Ja, doch, eigentlich schon. Das mache ich natürlich bewusst dort. So, aber jetzt. Habe ich da noch Holz? Ich glaube nicht. Dann müssen wir im nächsten paar Mal wieder holzen gehen. Oh, ich glaube. Das reicht genau. Genau einen habe ich über. Yo, ist so. Ich habe nämlich nichts mehr. Yo, sieht aber geil aus, finde ich. Klar, hier ist jetzt halt die Decke 1 höher. Mache ich dann hier so Halbslabs. Gedöns. Mache man Wett schon mal einfach mal. Hm. Ich mache das dann dort im Turm drin, aber ich mache es mal provisorisch hier hin. Die Scheiß Truhe mache ich mal einfach so provisorisch als Nachttisch. Ja, doch, die kann eigentlich wegstuhren nach oben. Ja, der braucht niemand. Ah, komm. Holz brauche ich. Dann mache ich mir ja hier die Werkbank hin und gönne mir eine Iron-Axt. Weil ich jetzt ein bisschen Holz umgehen muss. Ich sollte mir aber vielleicht ein Schwert machen. Wir haben vielleicht gar nicht so die schlechte Idee. So, Schwert. Und so. Doch, das wird, das wird schön. Dann läuft da das Tömpchen nach oben. Und ja, das war es dann auch. Aber dann müssen wir erst mal wieder holzen gehen. Das Holz war jetzt richtig schnell weg, ey. Ich hatte ja richtig viel Holz, ey. Das war einfach auf einen Schlag weg. Weg, einfach weg. Das ging ja richtig schnell. Und ich habe ein bisschen, ähm, ja... Mich überdickt Angst, aber schon Angst. Das, ähm, das Budget nicht reichen wird für die Legewehr. Ja, ich weiß, ich wusste mir aber, welche kaufen. Und ich hätte mir auch billiger, welche kaufen können. Aber, ich dachte mir halt, wenn ich schon extra Geld ausgeben möchte, ich möchte nicht jetzt irgendwie einen 50er auf den Tisch klatschen. Und dann, keine Ahnung, eine Woche später direkt nochmal, ne? Und da, da, 100, zu viel waren sie. 180. Und ja, deswegen... Taktisch, mir, schau jetzt mal richtig rein. Dann hab's. Aber, ja, vielleicht, vielleicht reichte ich jetzt für die Legewehr nicht. Und ich entschuldige mich natürlich noch einmal für mein scheiß Handy. Das war natürlich nicht gewohnt, dass das die ganze Zeit ruft. Sagt man so. Ja, ich denke schon, ne? Und ich habe die ganze Zeit, die ganze Zeit so einen scheiß Hustkreis, den ich nicht ausleben werde. Weil ich nicht schießen will. Kein Teifer. Weil klatsch ich fast von selbst. Ähm, auf jeden Fall... Ich würde gerade sagen, geht schneller als gedacht, aber Amarsch geht's schneller als gedacht. Deine Moni geht schneller als gedacht, ey. Aber, ja. Ist ja auch nicht wichtig. Ob's jetzt schneller geht oder nicht. Ich möchte keine Zepplänge. Takt, takt. Und hier, so, komm. Ganz der Kammer schon mal. Ja, das war so klar, das war so klar. So klar war das, so klar war das. Und ja, ich habe ein paar Hölzer zu viel gesetzt. Und ich gehe jetzt noch schnell was fressen holen. Dann würde ich auch schon sagen, was das mit der Folge... Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich natürlich... Wir haben's schon vergessen. Würde mich natürlich über ein Like freuen. Hier unten habt ihr nochmal zwei Videos, falls ich nicht vergessen habe. Und dann würde ich mal sagen... Tschüss und bis zum nächsten Mal. Abonniert uns vorgeblichen愛chen. ajnen。 Dann síu. Alsjeblkä. sowie Dann bin ich ja nicht gerade. Lasst uns. Und da. Es bleibt scheiße. Damit인지 auch nicht. Sowas Honda. becomes ja auch. Und dann systems sich die Geräusche. Und dann jazersher die mal 간단resso. Und dann sind still alles fancy. mit einem wichtigulated für emotionally gesagt십ennuja. カt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020